Ist Flive Universe bereits tot und wir wissen es nur noch nicht? Oder gehen dem Spiel einfach nur die neuen Spieler aus und es kommen keine neuen Leute mehr nach? Ja, es ist mal wieder soweit. Diesen Monat bin ich ein bisschen spät dran, aber da ich das letzte Monat Februar war, der deutlich kürzer ist, passt es eigentlich noch von der Verspätung her mit meinem monatlichen Ranking. Ich habe mir wieder alle Server angeschaut, die Daten zusammengetragen und wir können sie vergleichen mit den Monaten zuvor, beziehungsweise hauptsächlich mit dem letzten Monat und können uns angucken, was sich so getan hat. Also was ist aktuell so die unbeliebteste Klasse im Insgesamten aus den Top 1000 herausgelesen, welche Server sind am inaktivsten, welche Server sind vielleicht schon nahezu tot und haben wir ein Nachwuchsproblem, das heißt kommen irgendwie keine neuen Spieler mehr richtig nach. Das kann man alles direkt oder indirekt aus dieser Rangliste rauslesen. Langsam haben wir halt das Problem, also überraschenderweise noch lange nicht anscheinend, weil sich zum letzten Monat relativ wenig getan hat. Also das letzte Ranking, bevor wir es vergleichen, sonst wird es zu viel, war am 15.02. und jetzt ist es der 21.03., also gut über einen Monat auf jeden Fall das letzte Ranking her. Ich persönlich hatte gedacht, La Wolf wäre jetzt schon bei weit über 600, 140ern und würde jetzt schon längst an dem Punkt ankommen, wo die Top 1000 mehr oder weniger aussagelos ist für diesen Server, weil dann nur noch so ein geringes Spektrum an Spielern abgebildet ist. Ja, dass es im Endeffekt keine Aussagekraft mehr wirklich hat, weil einfach alle das gleiche Level haben. Aber tatsächlich hat sich fast nichts getan und das gleiche gilt für nahezu jeden Server, bis auf die ganz neuen, den chinesischen und den japanischen, da hat sich ein bisschen was getan. Aber ansonsten, die meisten Server haben sich nahezu nicht geändert in über einem Monat, was ich schon recht erschreckend finde. Und nicht nur das, das Allerkrasseste finde ich, ist, La Wolf hat 2040er verloren. Genauso wie Mia, Klafan hat nur einen verloren, Mashpoi hat 12 verloren und das liegt natürlich am neuen Update, weil im neuen Update, das ist einfach so, im High Level stirbt man deutlich öfter, also das ist zumindest meine Theorie. Und viele Leute machen entweder ihre Dailies nicht oder farmen einfach so extrem viel, dass sie so viele Tode am Tag haben, dass sie das nicht mal mit den Dailies mehr reinholen können. Und deswegen sterben die Leute jetzt einfach massenweise. Und ein anderer Punkt ist natürlich, dass viele Leute halt wirklich nur auf 140 gelevelt haben, also Punkt 140 mit 0,0. Und jetzt, sobald sie halt einmal sterben, sind sie sofort wieder 139 und das ist, glaube ich, der andere Punkt. Aber ja, also ganz interessant, dass es jetzt sogar weniger 140er sozusagen gibt, insgesamt, als letzten Monat, obwohl ja ein Monat vergangen ist. Und man meinen müsste, es ist deutlich mehr geworden. Aber gut. Ja, jedenfalls, was gibt es so für neue Erkenntnisse? Also es hat sich, wie gesagt, halt leider nicht so viel geändert. Also man sieht es hier unten auch an den Veränderungen, das sind die geringsten Abweichungen, die wir jemals hatten. Also Blades sind drei weniger geworden von allen Servern zusammen. Wir haben insgesamt elf Server, Ranger plus 5, Knight plus 5, Elementor minus 14, Billposter plus 16, Jester plus 6. Am krassesten wie immer Psykeeper irgendwie dabei. Diesmal mit minus 34, also der hat ordentlich abgesackt. Also alle anderen haben sich mehr oder weniger kaum verändert, aber Psykeeper einfach 34 weniger. Und Ringmaster ist tatsächlich um 19 gestiegen. Ja, weiterhin der absolute Tod-Server ist Aries. Die hatten letzten Monat vier 140er, jetzt haben sie nur noch zwei. Wie gesagt, die Gründe habe ich ja gerade genannt, das ist zumindest meine Theorie dafür. Und das Mindesteintrittslevel für die Top 1000, das muss man sich mal reinziehen. In einem Monat ist um eins gestiegen. Also letzten Monat war der niedrigste in den Top 1000 68 und jetzt ist er 69. Ich alleine, selbst wenn ich nur jeden Tag ein paar Stunden spiele, würde es schaffen, in vier Wochen mindestens 16 Charakter in die Top 1000 zu bringen. Das garantiere ich euch, wenn ich es darauf anlegen würde. Also das ist ein gesamter Server, ohne es darauf anzulegen, nicht schafft auch nur, naja, das Mindestlevel um einen Punkt zu erhöhen. Also ein gesamter Server ist schon crazy. Also der Server ist absolut mausetot, also da ist absolut nichts mehr, da bewegt sich absolut nichts mehr. Sehr schade, muss man sagen. Und ja, ansonsten, der am meisten ungebalancete Server ist tatsächlich nicht mehr Burudeng. Oder Burudeng ist noch sehr weit da vorne dabei, was die Klassenverteilung angeht. Aber der am meisten unbalanced Server, was die Klassenverteilung angeht, ist momentan der neueste Server. Und zwar mit vier Extremwerten, dreimal den niedrigsten, wobei sich den hier mit Klafer anteilt. Und einmal den höchsten mit Ringmaster, also der neue Server, der Taiwan-Server, ist nicht China, ist Taiwan. Der hat hier die meisten Extremwerte, was halt für eine schlechte Klassenverteilung, schlechtes Balancing einfach spricht. Sie haben sehr viele Ranger tatsächlich. Und ja, Burudeng ist aber immer noch gut dabei, also Knight hat sich bei uns leider nichts getan. Es gibt immer noch extrem wenige Knights bei uns, die man jetzt durchaus bräuchte für Dungeons. Bei Blades sind wir die Spitzenreiter, wir haben die meisten Blades und Buildposter haben wir auch die meisten. Spricht auch Bände über uns. Noch eine Sache bei Burudeng, wir haben jetzt Totemia und Mashpoi überholt. Also Burudeng hat jetzt mehr 140er als Totemia und Mashpoi. Trotzdem haben wir einen Channel weniger als die beiden anderen Server. Das versteht auch absolut niemand, warum das so ist, aber gut. Und ja, nur beim Mindestlevel in die Top 1000 sind wir zwar vor Mashpoi, aber noch eins hinter Totemia. Aber die drei Server sind nahezu identisch. Deswegen unlogisch, warum die nicht alle die gleichen Channel haben. Aber egal, auf jeden Fall. Insgesamt, wie gesagt, keine großen Veränderungen. Also wenn ich jetzt hochscrollen und euch das hier zeige, es sieht nahezu identisch aus. Also es hat sich wirklich fast nichts getan. Also 18 mehr 140er bei uns. Also relativ lame. Also letzten Monat hatten wir hier noch bei Jester einen ziemlich starken Anstieg. Hier bei Ranger einen ziemlich starken Abfall. Also da hatten wir ja quasi noch ein bisschen mehr Movement. Auch hier bei Ringmaster minus 71. Da hat sich im Verhältnis halt jetzt hier wirklich voll wenig verändert. Also viermal nur im einstelligen Bereich überhaupt eine Änderung. Also es ist schon wirklich ruhig geworden, was mich echt überrascht hat, wie gesagt. Und das wirft halt jetzt die Frage auf, die ich zum Anfang gestellt habe. Haben wir ein Nachwuchsproblem? Und ich würde sagen tatsächlich ja. Also das kann man vor allem aus dieser Spalte hier ablesen. Das Mindesteintrittslevel in den Top 1000. Das sagt im Endeffekt aus. Ich meine klar, auf einem Server wie LaWolf natürlich nicht. Und auch auf den oberen Servern hier eher weniger. Weil innerhalb von einem Monat auf 120 plus zu kommen, das ist schon sehr sportlich. Für jemanden, der jetzt das Game zum ersten Mal spielt, seit 10 Jahren oder so. Also das werden die meisten Leute einfach nicht schaffen. Das ist absolut verständlich. Aber ich gucke hier vor allem auf die unteren Server. Also auf die Server, wo es extrem einfach ist, wenn man wirklich anfängt zu spielen und aktiv spielt, da eine Veränderung zu bewirken in der Rangliste. Und eben genau bei diesen Servern ist es eben so, dass sich da gar nichts tut. Und klar kann man jetzt sagen, na gut, die Regionen sind einfach irrelevant. Die interessieren einfach keinen, da spielt einfach keiner. Oder die Leute loggen sich dort ein, sehen, da ist nichts los. Und dann gehen sie lieber auf den amerikanischen Server oder auf den LaWolf-Server oder so, wo sie wissen, da ist mehr los. Aber es spricht trotzdem Bände dafür, dass es mehrere Regionen gibt, die einfach wirklich nicht wirklich was gerissen bekommen. Also der Taiwan-Server hier zum Vergleich hat hier Plus-3-Spieler bekommen. Äh, Plus-3-Spieler-Level ist nicht schlecht bei über Level 100, muss man sagen. Also der Taiwan-Server, der hält sich noch ganz wacke, aber ist auch verhältnismäßig extrem schwach. Also ich meine, sie haben 1940er dazu bekommen, genauso viel wie Burudeng. Also und das, obwohl es hier noch ein neuer Server ist, wo auch das Leveln wahrscheinlich angenehmer ist, weil einfach nicht so viele Leute im High-Level-Bereich unterwegs sind. Und dann hier der japanische Server hat 140er bekommen, zwei Eintritts-, äh, zwei Level. Dann bei Flarin ist das Eintrittslevel in die Top 1000 nur um eins gestiegen. Und bei Ari ist, wie gesagt, auch. Also da tut sich halt wirklich extrem wenig. Und man muss halt bedenken, das ist nicht ein Server, auf den wir hier gucken. Das sind fünf Server, also quasi fast die Hälfte der Server, auf denen absolut nichts passiert. Und wenn man auf das Release-Datum von den Servern guckt, November, August, gut, die anderen beiden sind noch Juni gewesen, ähm, äh, die anderen drei. Aber, ja, also da ist echt, äh, nicht viel los und nicht so schön. Und, naja, ein bisschen was kann man natürlich trotzdem auch bei Burudeng sagen. Ich meine, klar, ein Monat, wie gesagt, wenn man jetzt komplett neu anfängt, ist für 124 oder für 120 plus. Schwierig. Aber es spielen ja auch extrem viele Leute, schon seit langer Zeit. Also es gibt ja extrem viele Leute, die haben wahrscheinlich Charakter zwischen 80 und 120 irgendwo rumliegen. Und wenn du mit Level 80 oder 90 jetzt wieder das Grinden anfängst, dann ist Level 120 plus jetzt nicht so eine extrem schwierige Challenge, vor allem, wenn du schon Equipment hast. Aber auch hier tut sich verhältnismäßig wenig. Aber gut, fairerweise, wie gesagt, das kann man jetzt nicht so aussaherkräftig dazu sagen, ähm, dass das hier so leicht ablesbar ist. Deswegen wäre es halt echt cool, wenn sie die Top 1000 erweitern würden. Sicherlich bei diesen Servern hier, wie gesagt, diese unteren fünf, da macht eine Erweiterung der Top 1000 keinen Sinn, weil da würde man nur noch krasser sehen, wie tot diese fünf Server sind. Also gut, tot ist vielleicht übertrieben für zumindest den Taiwan-Server. Immerhin hat er alle anderen Server bereits überholt, außer Genesee, was die 140er angeht. Aber ansonsten ist an allen anderen Servern mehr oder weniger schon vorbeigezogen und wird das wahrscheinlich auch weiterhin so machen. Aber trotzdem ist es einfach kein gutes Zeichen. Und wird jetzt halt auch interessant, wie Fly of the Universe darauf reagiert. Also ich habe es schon gesagt, Aries wird definitiv fusioniert. Ähm, das steht quasi außer Frage. Ich meine, das ist jetzt ja schon seit Monaten so, dass da nichts mehr abgeht. Aber die anderen Server, also ganz ehrlich, das sieht eigentlich sehr viel besser aus. Also ich meine, die sterben vielleicht einen langsameren Tod, ja, aber da tut sie jetzt auch nicht viel. Gut, das ist natürlich schwierig, einen japanischen Server mit einem portugiesischen, äh, zu fusionieren oder so. Das wird nicht ganz hinhauen. Aber vom Prinzip her müssten sie da eigentlich auch was machen. Also könnten sie eigentlich, können sie eigentlich nicht wirklich so stehen lassen, weil dann ist halt da irgendwann auch nichts mehr los und dann sind die Leute halt auch komplett lost, weil die können ja dann auch nicht einfach ihre Sachen auf anderen Server übertragen. Also bin ich mal gespannt, wie sie darauf reagieren werden. Aber wie gesagt, für die oberen sechs Server wäre es halt schon interessant, die Top 1000 zumindest um 1000 Plätze zu erweitern, also auf eine Top 2000 sozusagen. Weil dann könnte man halt wieder besser die Veränderungen ablesen, weil jetzt halt wie gesagt in dem 120-Plus-Bereich, vor allem auf La Wolf 135-Plus-Bereich, ich meine, da kann man halt echt unmöglich wirklich was ablesen. Also gut, sie haben jetzt die 140er verloren, die 20, was das waren, genau. Wir haben jetzt 20, 140er verloren, durch das, wie gesagt, die ganzen Tode in den Dungeons und so wahrscheinlich und Secret Room und sowas wahrscheinlich. Aber auch da kann man jetzt nicht wirklich so viel ablesen. Ich meine, wen juckt es, ob es jetzt mal 20 mehr oder weniger sind. Ja, also es sind ja eh fast alle 140 auf dem Server gefühlt. Also von dem her, who cares? Und ja, aber ja, sehr, also an für sich eigentlich das langweiligste Ranking bisher, weil sich fast nichts mehr tut. Deswegen brauchen wir unbedingt eine Erweiterung der Top 1000. Bitte, Gala, erweitert die Top 1000 auf einen Top 2000 mindestens. Und ansonsten, ja, es sind so ein paar lustige Sachen, wie gesagt, dass es jetzt teilweise weniger 140er gibt oder insgesamt weniger 140er. Ansonsten sage ich, danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr fandet das auch halbwegs interessant und aufschlussreich. Und ja, mal gucken, wie es sich weiterentwickelt. Wie gesagt, wenn die Top 1000 erweitert wird, dann können wir nächsten Monat vielleicht noch mehr dazu sagen, wie es mit dem Nachwuchs von FLYFE aussieht. Meine Muster dazu sagen, das Update kam jetzt letzte Woche. Also heute ist Dienstag und das Update kam letzten Montag. Das heißt, ein entsprechender Hype, auch auf 9-Zauern und so, kann jetzt hier tatsächlich noch ausgeblieben sein. Aber man muss ja bedenken, ein Monat plus eine Woche nach Update und trotzdem so wenig Veränderungen. Das ist meiner Meinung nach einfach ein extrem schlechtes Zeichen. Weil wenn nicht mal das Update die Zahlen ein bisschen in die Höhe pusht, was zum Teufel kann dann die Zahlen ein bisschen in die Höhe pushen? Also es sind nicht so gute Nachrichten, sage ich mal. Haut rein, danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.